Die CTD Containertransportdienst GmbH hat sich auf das Containertrucking spezialisiert und ist Marktführer bei den Hafenumfuhren in Hamburg. Für das Tochterunternehmen der Hamburger Hafen- und Logistik AG sind 200 Sattelzugmaschinen im Einsatz. Das gesamte Auftragsmanagement zwischen Erfassung und Abrechnung wird gesteuert durch die Speditionssoftware Cargo Support Dispo. Wir haben uns 2012 für Cargo Support nach einem langen Auswahlverfahren entschieden. Cargo Support vor allen Dingen deswegen, wegen der modernen Softwaretechnologie und wegen der von Anfang an guten Zusammenarbeit und der Möglichkeit hier für uns ein modernes Softwareprodukt zusammenzustellen. Das Transportmanagementsystem eignet sich gleichermaßen für die Hafenumfuhr, den Nah- und Fernverkehr sowie für Hinterland- und multimodale Verkehre. Ebenfalls abgedeckt wird der Bereich Vorparkverwaltung für die 300 eigenen Container-Chassis. Auch das integrierte Archivierungssystem bringt großen Nutzen. Das bedeutet für uns, dass wir seitdem nicht mehr mit Papier arbeiten, sondern hier wirklich ein papierloses Büro haben. Die Dokumente werden jetzt in digitaler Form im eigenen Serverraum gespeichert. Lange Suchzeiten sind passé. Von Cargo Support profitiert aber auch der Vertrieb. Weil die Frachtanfragen, die uns von unserer Kundschaft erreichen, werden heute teilweise vom Disponenten direkt beantwortet, was früher nicht der Fall war. Früher war der Disponent so im Tagesstress eingebunden, dass jede Frachtanfrage eigentlich an den Vertrieb weitergeleitet worden ist und dann eben vom Vertrieb beantwortet werden musste. Das ist heute nicht mehr der Fall. Jeder Disponent, der heute direkt eine Frachtanfrage vom Kunden bekommt, beantwortet die auch sofort direkt. Die kollegiale Vertriebsunterstützung ist für die zweischichtig arbeitenden Disponenten kein Problem. Zumal Cargo Support Dispo einen großen Teil der eigentlichen Tätigkeit automatisiert hat. Stark zur Vereinfachung beigetragen hat die TR02-Schnittstelle, die in Cargo Support Dispo integriert ist. Damit werden alle relevanten Auftrags- und Containerdaten zwischen Transportunternehmen und Terminalbetreiber ausgetauscht. Insgesamt werden so pro Jahr mehr als 180.000 Container bewegt, was rund 40.000 Gutschriften und Rechnungen entspricht. Auch hier fällt bei CTD kein Papier mehr an. Mit Hilfe des Moduls elektronischer Dokumentenversand werden Kundenrechnungen und Gutschriften an Subunternehmer weitgehend per E-Mail verschickt. Die Vorteile sind ganz klar. Wir sparen Kosten. Wir sparen Papier. Wir sparen Arbeit. Wir sparen Porto. Das sind alles Zahlen, die wir genau ermitteln können. Und die Einsparungen in diesem Bereich, die sind auch für uns wirklich deutlich. Fazit? Bei der CTD Containertransportdienst GmbH ist man mit Cargo Support sehr zufrieden. Und das gilt nicht nur für die Software. Die Zusammenarbeit läuft seit 2012 wirklich sehr gut. Wir haben in vielen Projekten sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Cargo Support versteht uns. Die verstehen, was wir wollen. Wir haben eine gemeinsame Sprache gefunden und sind in dem Bereich sehr erfolgreich. Und workалось. 夫secretary Christoph Vielen Dank.